Hallo meine Süßen! Hallo! Hier ist liebe Dagi und wir sind um die Fotobooth-Challenge. Und ja, wir starten auch direkt, weil wir sind voller Aufregung schon. Oh, was hast du gesagt? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! Wir wollen doch Nobeashi! Wir haben keine Kaffee, mein Gott! Oh mein Gott! Wie eklig! Hallo! Guten Tag! Willkommen aus der Zukunft! Aus dem Jahre 6050! Komm! Glaubst du, jemand haut sich den Kopf so, jetzt gehe ich rein so... Ach, mein Grinsen, dann gehst du richtig rein! Ja! Hey! Hey, Baby, los! No! Hello! Irgend erinnert mich das grad an jemanden so... Hi! Uh, Urlaub! No, no, no! Hey! Uh! Die Binnas! Das ist aus, diese Spirid. Kennt ist Spirid. Aaaaaah 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 Zwei kopf aus Aaaaaah Zwei kopf aus Oh Aaaaaah Hi Hi Ich hab lange Haare Ich hab so einen geilen Haar. Ich hab so einen geilen Haar. Hallo. Mach mal die Katze von, äh, äh, Schreck. Die hat ja auch so augen. Oh mein Gott. Das war's auch leider. Wenn ihr, ich glaube, hier auf die Dagi klickt, könnt ihr auf ihren Kanal gehen. Dort haben wir ein Video, wo sie mich versucht umzubringen mit einem elektrischen Ball. Danke Dagi, dass du hier dabei warst. Gerne noch. Gerne. Ich hab immer noch das Gefühl, der bewegt sich doch mal. Ey. Ja, ne, irgendwie gleich was im Hintergrund so ein Fisch oder sowas. Naja, egal Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr nochmal was mit Dagi sehen wollt, oder es gut fand, gebt uns wie immer einen Daumen hoch. dann wissen wir beide auch Bescheid. Und ich geh mich jetzt erholen von Dagi's Jögelattacken. Tschüss. Ciao, ciao.